Hallo Leute! Hallo Freunde! Wir sind hier beim FIFA 14 Gewinnspiel der Auflösung. FIFA 14 für PC zur Verfügung gestellt von GameLiebe. Blende ich hier oben mal ein. André packt sich schon die Schüssel mit den Teilnehmern. Ich werde jetzt einfach mal einen rausziehen. Und derjenige hat dann FIFA 14 für PC gewonnen. Komm, mach's noch ein bisschen spannender hier, hey! Okay, okay, nehm' mal... Hier! Hubble! Was? Hubble HD! Hubble HD hat FIFA 14 für PC gewonnen. Glückwunsch an dich, ich meld' nicht bei mir, schreib dir da einfach... Ich meld' nicht bei dir, nicht bei mir. Okay, ich meld' nicht bei dir, du schreibst mir zurück. Und du gewünschst dann FIFA 14 nochmal zur Verfügung gestellt von GameLiebe. Dankeschön! Was haben wir noch zu sagen? Ja, wir haben mittlerweile die 6000 Abonnenten erreicht. Es ging jetzt ziemlich schnell von den 3000 auf 6000. Wirklich klasse Aktion von euch! Und bleibt einfach mal dabei! Das macht uns stolz! Genau! Wir haben jetzt auch einen Instagram Account. Denne ich euch hier ein. Wir heißen Freestyle Kickers unterstrich Ypsilon. Und ein T für YouTube. Da solltet ihr euch auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Und das dritte Thema. Ja, wir machen gerade WM-Tippspiele. Wir tippen jedes Deutschlandspiel. Schaut's einfach bei. Es gibt Preise zu gewinnen. Und ja, das war's eigentlich schon wieder. Genau, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss! Oderditte Musik